Wo ich heute ohne Väter Consulting wäre, ist, dass ich schlecht versichert wäre, mal Nummer 1. Dann auch natürlich schlecht beraten wäre, weil er hat schon sehr schnell mich aufgegriffen, hat mir gleich gezeigt, um was es geht bei der Selbstständigkeit im Unternehmertum, wie man sich da versichern muss, wie man sich da versichern sollte, auch budgetierungstechnisch. Und da hat er mich sehr gut vorbereitet und da bin ich auch sehr froh darüber, aktuell da zu stehen. Ich bin Ercan Hoti, ich habe ein Immobilienunternehmen in Pforzheim, bin selbstständig mit meiner Frau zusammen, machen wir das gemeinsam und wir kaufen sanierungsbedürftige und renovierungsbedürftige Immobilien mit Entwicklungspotenzial und entwickeln diese. Der größte Pain, bevor ich mit Väter Consulting gearbeitet habe, war einfach der, dass ich nicht wusste, wie ich mich jetzt in der Selbstständigkeit aufstellen soll, versicherungstechnisch. Ich hatte auch einfach, die Beratung hat mir total gefehlt, was es da für Möglichkeiten gibt und welche Risiken und auch Chancen dastehen. Und durch Väter Consulting habe ich einfach das komplett aufgeschlüsselt bekommen und bin da sehr froh darüber. Verändert hat sich seit der Zusammenarbeit mit Väter Consulting, dass wir jetzt schon die ersten Mitarbeiter bei uns einstellen werden und dahingehend auch versicherungstechnisch genauso aufgestellt sind, wie es besprochen wurde vor der Selbstständigkeit. Und so geht es halt weiter ins Unternehmenswachstum. Das Beratungsgespräch von Väter Consulting lief absolut klar ab. Also ich habe wirklich alles verstanden. Jede Frage, die ich hatte, wurde komplett beantwortet. Und natürlich darüber hinaus noch extra beraten und natürlich auch uns viele tolle Möglichkeiten gegeben und auch auf neue Ideen gebracht. Von der Zusammenarbeit mit Väter Consulting habe ich mir erhofft, dass ich verstehe, was die Versicherung letztendlich bei uns bewirken wird und wie wir dann aufgestellt sind. Vorher waren wir gesetzlich versichert, jetzt die private Krankenversicherung ist einfach eine andere Nummer. Und mir war ganz wichtig, dass ich weiß, wie die Mechanismen dahinter sind und dass ich natürlich einen Service dahingehend habe. Während der Zusammenarbeit mit Väter Consulting habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Jede Frage wurde sehr schnell beantwortet und auch bearbeitet und jedes Anliegen genauso. Ich fühle mich jetzt bei Väter Consulting sehr gut aufgehoben. Der Unterschied ist einfach, dass Väter Consulting sich immer gleich zurückmeldet, sofort eine klare Rückmeldung gibt, dir sofort weiterhilft und du auch ganz genau weißt, was der nächste Schritt ist für dich, was du tun könntest oder auch für dich, was es bedeutet, was der nächste Schritt ist natürlich auch dann dahingehend macht, versicherungstechnisch. Bei Väter Consulting kannst du dir eins gleich vorwegnehmen. Wenn du was brauchst, ist der Service unglaublich schnell. Also die werden sich sofort melden und werden sich auch dafür sofort kümmern darüber. Väter Consulting kann ich jedem empfehlen, der sich selbstständig machen möchte, ins Unternehmertum wachsen will und auch dahingehend einfach die Mechanismen von Versicherung und Finanzen verstehen möchte.